Wer macht den schlechtesten Witz in der Kabine? M-Bay-Lay Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee Duschen oder Stylen? Was dauert länger? Stylen Fleisch oder vegetarisch? Fleisch Kochen oder Restaurant? Kochen Dein Lieblingsgericht? Hab ich nicht Buffon oder Neuer? Neuer Kino oder Couch? Couch Was war das Schlimmste, was du je zu einem Schiedsrichter gesagt hast? Nix, ich stehe zu weit vom Schiedsrichter, um ihm was zu sagen Dein erstes Wort auf Deutsch? Scheiße Wer hat zu Hause das Sagen? Der Kleine Wann wird geheiratet? Irgendwann Dein Sohn soll Torwart oder Angreifer werden? Ballerina Welches Emoji benutzt du am häufigsten? Ja Was macht dich wütend? Unrecht Wo war dein letzter Urlaub? Rom Welche Musik hörst du? Bisschen von alles Schaust du sonntags abends die Tatort? Ne Vor welchem Gegenspieler hast du Angst? Keine SMS oder Telefonieren? SMS Nationalmannschaft oder Klassenerhalt? Klassenerhalt Kennst du die Nationalhymne? Ja Wie geht die? O dir, Barbelje, o herrlich Land der Pfadrin Unsere Seelen und Herzen und Gebet Sehr gut In welchem Schulfach warst du richtig schlecht? Mathematik Und in welchem richtig gut? Geschichte Waren wir zu neugierig? Ne Das war's schon Okay